ja so ich zeig euch jetzt mal die wichtigsten items für heute das heißt überlebene skizzen und helden vorab wie bugs gibt es heute schon wieder nicht ich mache das jetzt so wie ich mache jetzt aber auch so dass ich dann auch seltene skizzen dabei nehme hier einmal nachtfalke hier gibt es den überlebenden aber ich mache das mal ich mache das besser mal so obwohl doch jetzt nix hierhin gehen hier gibt es den sägelreißer klarkarton ist immer alles so unübersichtlich man findet das nicht so wirklich aus dem brutalen trendpx findet man das alles geordnet hier gibt es den heiligen hier gibt es die wandpfeile hier gibt es den überlebenden hier ist ein fehler also hier gibt es keine zweier atlas mission vielleicht mal hier in den anderen mission gucken nä schade sehr komisch dann kommt man weiter Ah, hier ist aber auch schon wieder was verkehrt. Hier steht eine 132er Schutzbunker reparieren, soll es eine legendären Überlebung geben, aber ich sehe hier keinen Schutzbunker. Ah, doch hier, ach, verdammt, hier, legendäre Überlebender, braucht man ja, den habe ich jetzt voll übersehen. Was geben die, Verteidiger, dann wird der Verteidiger ja gar nicht hier angezeigt, hier gibt's noch einen legendären Überlebenden. Ähm, dann gehen wir in Unterfangen. Heute ist das letzte Mal, wo vor morgen um 2 Uhr diese Unterfangen geschlossen wird. Kann sein, dass direkt danach eine neue Unterfangen kommt oder ob die dann vielleicht ausgelassen wird und dann halt Dienstag startet mit dem Update. Also letztes Mal, wo ich Unterfangen gespielt habe und wo es zu Ende war eigentlich, kam ich dann nicht mal rein, dann muss ich einen Tag warten, bis das Update kam und dann kam ich wieder in den Rest die Welt rein. so, dann haben wir noch, ähm, die 34er Mission kann ich leider nicht zeigen, weil ich hab die ja nicht mehr, das wäre ein Lasersperr. so, dann, ähm, ja 108, hier gibt es das Lagerfeuer, ja da, hier gibt's einen legendären Anführer der Überlebende. Das kann, glaub ich, jeder gebrauchen im Moment. So, dann, ich guck mal Gruppenmissionen. Okay, da geh ich zurück nach Brutal. So, da ist das eine 52er. Hier Blitzpistole. Dann geht's noch 2 in Phoenix. Hier gibt's auch einen Überlebenden. Ja, und da geh ich auch nochmal hoch kurz. So, hier der Verteidiger und hier der Überlebende. So, dann. Dann müssen wir zurück nach Autofang. Und dann. Das macht ich. Ach ne, das wird gar nicht aufgezählt. Ist gar nichts. Hm. Ne, sonst ist hier nichts. Aber, da sind wirklich viele Überlebende dabei. Kann man auf jeden Fall machen für heute. Das ist gar nicht auf jeden Fall. Nein. Bis zum nächsten Mal.